So, herzlich willkommen zurück zu Frontschweine. Ich muss einmal reinklicken. Wir sind bei der Iselsbrücke und diesmal nimmst du die... Nee. Achso, das bin ja ich, ne? Nö. Bin ich, oder? Ja. Nimm mal diesmal die Russen. Achso. Gut, dann nehm ich die Russen. Die hatten wir noch gar nicht. Obwohl Russen mögen wir seit neuestem nicht. Ja, ne Frage ist von der Partcom. Drei Jahre später. Ja, bestimmt dann immer noch. Nee, so viele sind ja gar nicht mehr auf Platte. So, ich bin mal gespannt. Oh, ne Eiskarten. Ich finde Eiskarten bei Playstation 1 ist immer schickste. Da weißt du auch schon, wer gewonnen hat, die Russen. Stimmt, ja. Ah, fang ich diesmal an. Ich jetzt hier, ja? Okay. Ja, wird ja immer abgewechselt. Naja, immer war das bisher nicht. So, jetzt wieder die alte Frage. Muss halt genau knapp hinter meinem Kopf. Fadenkreis oder? Ich mach immer nach Gefühl. Yeah, das war gut. Hab ich beide getroffen? Hast du euch beide getroffen? Ja. Oh, sehr gut. Minenfeld, ne. Da in der Mitte ist Minenfeld, okay. Boah, die Brücke ist... Ich überleg grad, was ich mach. Und Wasser ist da auch anscheinend. Und Kisten gibt's bloß am Rand. Okay. Ich glaub das... Zu kurz. Toll, danke. Ich wollte erstmal abtrennen. War auch mein Hauptziel, wenn ich ja... Mörser. Kann ich ja super gebrauchen. Obwohl... Komm. Ich probier's einfach mal. Mörser ist eigentlich... Vorher hattest du schon 3. Äh... Mörser ist gut, aber so schwer zu... Komm, ich probier's einfach mal. Du hättest auch noch von der Höhe und was... Oh, der kommt. Hast du den gezündet oder ist der explodiert? Der ist explodiert. Ähm... Hättest du höher erzielen müssen, ja. Ja. Ich glaub das ist ne perfekte Mörser-Map. Mörser-Map. Dreimal schnell hintereinander... Ne Kuller-Granate. Ja, die bringt mir hier voll viel grad. Ich glaub du hättest die über die Brücke werfen können, die du grad zerstört hast. Ja, dann hätte ich sie damals zerstört. HX. Nicht Ivan. Hane, bloß nicht Ivan. Okay. Ja, 20 nur, aber getroffen. Kann mein Glück nicht begreifen grad. So, was hab ich jetzt bekommen? Nochmal Mörser, ja. Komm, ich geh jetzt auf Geschenktour. Auf Shoppingtrip. Hab gewartet, dass du jetzt beim Eis irgendwie runter... Ach, man muss da rein. Spring irgendwie. Komm, dann. Zwei. Eins. Null. Wolltest du grad echt überspringen, oder was? Ich wollte den Mörser auswählen und einfach mal reinfeuern, aber... Ey, wo steh ich denn eigentlich? Ja, ich hab dich runtergeschossen. So, ja, stimmt. Deswegen dachte ich, ja, ist das nochmal ein anderer? Gott, ey, das Trim ist aber auch... Ja, super, auch noch der. Ah, ja, perfekt. Mal sehen, ob ich mich selbst töte. Da geh ich fast schon aus. Ja, ich töte mich selbst. Aber nicht zu knapp, ne? Ja, geil. Ich glaub, ich lass dich mal da unten machen. Ja, ich mein... Ändern bloß nichts mehr. Und jetzt bin ich hier... Du bist dein Vorurteil. Nochmal Mörser! Okay. Ja, komm, ich probier's. Wird das heute noch was? Ja, wird's. So, und jetzt passen wir uns nochmal vielmäßig an. Zack. Ich hab gesagt, schießt du dich selbst ab? Ich dachte echt, du schießt dich selbst ab. Ja. War knapp. Ganz knapp, ja. Ach, naja. Jetzt haben wir auch schon wieder so'n... Ich weiß gar nicht, wie weit der kommt. Meine Großmutter ist ja schneller. Hä? Der hat nichts abgezogen. Ja, was willst du machen? Meine Jungs sind trainiert. Der ist quasi über deinem Schädel explodiert. Ja, über deinem Schädel. Schädel. Ne cooler Granate. Aber... Er ist aber auch so ne Troll-Map irgendwie. Also auf die Waffen, die du bekommst. Fühl nur noch, dass du Dynamit hier einsammelst. So. Sagt ihr? Es war perfekt. Ne. Und jetzt cooler. Aha. Ja, der steht tatsächlich gar nicht so gut. Gott. Ah, könnte, könnte, könnte. Hä? Zu kurz. Geist auch für zu kurz. Ah, schon ein Stück. Das war aggressiv. Okay. Ähm. Mörser? Mörser. Da sind zwei von dir. Das war nicht so weit. So. Ah, ist fast zu weit. Das ist so kurz, ja. Oho. Oho. Beide nur drauf. Und? Nix mehr. Okay. Ja, doch. War okay. Mag dich nicht. Komm, Cola, doch mal hin rüber. Muss grad ausrechnen. Mhm. Wollte grad sagen, sei mir nicht erst zu kurz. Genau. Ey, wenn du jetzt noch lebst, bring dich um. Krieg ich da jetzt Frost, oder was? Nee. Nee. Ach, ehrlich. Trifst du ja eh nicht. Zitter nicht. Boah, ist der ja angeflogen. Vor allem Frost dann auch noch so, ne, passiert nix. Ne, ne, ne. Und boom. Okay, der ist, oh. Mörser? Ja. Mörser. Dynamit. Boah, das war aber auch ein Spruch. Ach ja, du gehst jetzt auf mich, ja? Ah, sehr cool. Naja, wer es braucht. Ja. Ja, nicht so weit unten, bitte. Das ist verbotenes Gebiet. Nee, nee. Du hast dich jetzt selbst angeeiert. Ist das schon fast ein Kriegsverbrechen, oder was? So. So. Hörser? Nee, komm. Probier's mal mit dem Dynamit. Wenn du da wirklich dich anstrengst, fliegt das auch ein paar Meter. Ich hör's leider nie so richtig. Oh, ja. Komm, komm, komm. Und nochmal. Ah, schade. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich dein Sniper kille. Ich finde, Mörser sollte stärker sein. Er sollte beim ersten Schuss mehr abziehen. Oh ja, da gehen wir wieder auf Passiv. Nein, was hab ich für... Waffen, ey. Er ist eine Kiste, ne? Ich schieß die Kiste grad ab. Ich dachte, das wärst du. Okay. War da hinten einer von dir? Nee, ne? Ich dachte, die Kiste wärst einfach du. Warum ist der so aggressiv, der Junge? Weil er ja immer noch kein Leben abgezogen bekommen hat. Ich meine, ja, wir sind im Krieg und so, aber... Kannst ja sogar das Leben von denen herstellen, ne? Ja, okay, willst du halt auch noch die Brücke kaputt machen? Ja, du benutzt die ja eh nicht. Ja, stimmt. Okay, das war jetzt grad so ein bisschen komisch. Na los, du Schlaftablette. Ich musste halt erstmal so ein bisschen, ne? Es war aber auch knapp, also es musste zugehen. Ja, ja. Es war also, es waren zehn Zentimeter höchstens. Kriegst du da nicht. Ja, das, also vielleicht sollten wir auch irgendwie mal den Sniper rausnehmen. Treff ich dich? Nö. Okay. Oh. Boah, krass. Glück gehabt, ey. Ja, dem geb ich noch zwei Runden. Ja, okay. Vier. Was haben wir denn hier noch? Nee, das machen wir nicht. Ja, zack. So, jetzt geht's aber ab. Warte, den siehst du gar nicht kommen. Was ist denn das grad für ein Bild? Guck mal nicht auf den Arsch. Ja, ja. Das wär schon, also, ne? Die Richtung. Die war auf jeden Fall fast richtig, ja. Die war okay. So, mit dem einen campst du ja. Das heißt, ich geh mal auf den hier. Mit welchen kämp' ich? Oh, mal gucken. Der ist fast ein Vogel getroffen. Perfekt. Ist der tot jetzt? Ah, nee. Uh, Sex. Ja, genau mit dem campst du. Nö, so, also, nee. Vor allem der Sinnloseste, ne? Schwittergan hat halt keine Reichweite. Das kann doch nicht sein, obwohl die gut kommen. Guck mal, ich hab mich noch nicht einmal bewegt mit dem hier. Mörser? Mörser. Denk an die Zeit. Dein viertes Sieg. Nee, das ist ja mal. Weißt du, das kriegst du auch zweimal dann. Was muss er? Ich glaub schlafen. Für immer. Okay. Dann probier mal dein Glück. Ne, ne. Okay. Ja, Achtung, die Zeit. Als ob ich hier irgendwas zu verlieren hätte hier unten. Ich mag die Runde nicht. Obwohl ich halt noch einen ganz kurz... Guck mal, der da hinten schwebt bei mir in der Luft. Stimmt. Triff ich den? Oh, das war daneben. Das war daneben. Wollte grad sagen, wenn der trifft, dann ist er aber... Will das von Winky überhaupt passen? Hätte es gepasst? Ja, da ist jetzt die Anzeige davor. Okay, man sieht halt auch nicht, wo meiner steht. Na ja. Ist besser. Ah doch, jetzt nicht mal ihn in der Luft schweben. Äh, das kann... Also wenn du mich nicht triffst, kann das lange dauern. Ja. Ich hab aber auch die... Den blödesten hab ich da hinten stehen. Und ich hab keinen Mörser mehr. Das heißt, ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen... Ach komm. Wann hast du grad hin? Ja. 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 Das ist das Ende von der Karte. Oh nein, jetzt kriegst du ein Jetpack. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heilen kann. Oder? Hört der irgendwann auf oder ist das unbegrenzt? Hätte ich mich jetzt selbst verwundert, ey. Ja, voll der gute Zug. Aber ich glaub, nächsten Zug bist du tot. Ich dachte eigentlich, dass der... Dass die irgendwann weg ist, die Krankheit. Deswegen könnte es mich wenigstens erlösen jetzt. Mörser? Ja. Komm. Da ziehen wir mal ein bisschen weiter. Und aufs Raumschiff. Raumschiff, ja. Meinst du auf die fliegende Untertanke? Wieso ist denn der so kurz geflogen? Wie kann ich denen? Das ist... Also es war abzusehen. Ja, gut. Na dann. Ja, Shot kann's, glaub ich, ganz gut sein. Ich werde dich am Ende mit dem Dynamit töten. Okay. Das kann aber nicht sein, wie mehr... Ist gut, dass ich hab's unbegrenzt. Der Part wird eine Dreiviertelstunde dauern. Elektroschau. Ist auch so wieder... Was kannst du Sinnloses in der Kiste packen? Probier mal den Elektroschau. Drei gegen eins fällig, aber unfair. War ein schöner Effekt. Ja. Der ist tot. Das bin ich wieder dran. Komm, probieren wir uns den hier nochmal. Noch ein Elektroschauaki. Jaaa. So. Bewege deinen Schinken. Bewege deinen Schinken. Jaaa. Schon mal in meiner Richtung rumgesprungen? Mhm. Glaub so weit komme ich nicht. Eine verantwortungsvolle Entscheidung. Mhm. Cool. Ich lass mal rollen ein bisschen. Okay. Starker Zug. Das heißt, ich hab halt wirklich bloß diese ganz blöde Granate. Feuerst du eigentlich immer noch Mörser? Ja, ich hab vorgesorgt. Ja. Sammelst du eigentlich bloß noch Nachkampfwaffen? Ach, ehrlich. Jo. Jo. Komm, schieb mich doch bis rüber. Das war ein starker Zug. Ja, ein Luftzug. Elektroschocks. Schön, dass ich mich hier bewege. Ah, ein Mörser. Guck mal. Jan, weißt du was? Das war's jetzt für dich. Okay. Weil jetzt stehst du frei. Jo, komm, das war nicht mal so schlecht. Und ich hab jetzt den Snipper. Ah, okay, daran hab ich nicht gedacht. Ja gut, aber bei deinem Treffvermögen, also ich seh da ganz gut in die Zukunft. Der war daneben, oder? Der war daneben. Der war richtig daneben. Nein. Der hat getroffen. Du hast, weißt du, du hast so zehn Meter neben dem Kopf und dann, ah ja, hätt schon. Ja. Das war so unfallig. Aber ich muss sagen, das war jetzt eine Map, die für mich gut war. Weil Schnee, Rosen. Ja, weil du meinen Sniper als erstes nach unten verschoben hast. Rosen und Schnee und, ne? Ja, stimmt. Da hab ich mich schon rot auffällig hingestellt, aber... So wie die Engländer und kleine Bereiche, ja. Ja, naja. Du darfst abmodulieren, ich bin fertig. Ja, also falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Könnt uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls wir irgendwas an den Einstellungen ändern sollen. Ein paar spezielle Modi auswählen sollen, oder so. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. So, prima cosa! Tschüssi! Tschüssi! Alles��!